So sind wir wieder da Neuer Server Ähm Mehr Leute Mehr Spaß Wir werden sterben Wir werden sterben Ach am Arsch Ich bin tot, geil Hat die einer gekillt? Ja Scheiß In Scheiß wurdest du gekillt Mango Ich hab Schiss hier weiter zu laufen Ich hab Angst, dass hier jemand campt Dann snitch die halt alle weg, alle Das Problem ist, ich seh die Leute nie vorher Lol, da ist ein Reaper auf dem Dach Ja, das ist normal Guck, dass du ein wenig Abstand nimmst Ne, ich will den killen Der bugt da halt immer fest auf dem Dach Manchmal Ich hab 27 Schuss in meiner Wache Ja, reicht Reicht vollkommen Ja, reicht denk ich mal auch Ich kill den Ich mach den jetzt Solo Ja, für dich Reicht doch Wir sind ja auch Hacker, wir haben immer den Schaden so verfünfzigfach Ja Ja Deswegen sterben wir auch nie Wir sterben ungefähr nie Einfach nie Ihr habt noch nie einen Tod von uns gesehen Das war alles simuliert Das war eigentlich immer, das hat entweder Kubi mich gekillt oder umgekehrt Das war extra geplant, damit niemand unser Zeug looten kann Ja logisch Ist ja, safe Ist halt nur, weil es sonst langweilig ist, wenn wir zu lange überleben Na siehste Irgendjemand has been killed by smiley By smiley By smiley By smiley Was? Der Typ hängt glaub ich aufm HTO Lol Wtf Er sagt doch, dass der hart ist Und mein Penis Das ist einfach ein Hacker, alter Kann es auch sein, aber ich dachte Alter Hier so zwei Zombies rumlaufen Bei mir nicht Schuss, glaub ich Wie gesagt Oder jemand ist gesprungen, ich hab mich mega erschrocken grad Dann bleib ich erstmal noch mindestens fünf Sekunden auf der Stelle stehen Und sagt dann erstmal so Schuss Ja weißt du, immer schön safe bleiben Erstmal stehen bleiben und hier so Abschätzen, ob ein Sniper in der Gegend ist Der einen gleich schnell wegballern könnte, damit man nicht mehr so viel laufen muss Boah skittelt, alter Mega geil Ja, aber meine sind alle Und Papa hat zwei Packungen geholt Riverside Uuuuuh Rennen, Junge! Ja weißt du, wenn du willst Können wir es auch so machen, dass ich einfach hier warte auf dich Ich bin ja eigentlich auf dem Weg Oooo Alter, dann bin ich hier mal safe Muss die Dings hochlaufen Alter, ist das mies, ey Hör Urgh Erstmal kurz nen Kleider Kannst du mir... Du... 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 Du bringst... du... du bringst mir einen mit, ne Ne Mach ich nicht Das erwarte ich von dir Neiiin Ich hab keinen Bock drauf Als... als Horst-Sklave Wenn ich dich sehe, darf ich dich töten, um dein Geld zu klauen? Nö Okay, dann töte ich dich nicht, dann rentiert sich's auch nicht Äh, ja, willst du dich schnell equippen? Und, ähm, du kannst dich ja auch sniper-mäßig equippen jetzt einfach Und dann gehen wir dann zum Trainyard Outpost und da wird, da wird auf jeden Fall Party los sein Dann würde ich, ich würde dich einfach nur um einen Gleiter bitten und um einen Doktors Bag Nehme ich jetzt aber die Pipe Sniper, weil die viel, weil ich dafür noch Muni hab Okay Ist ja okay Ähm, das ist die blaue, die ACP Mhm Dann hab ich nämlich noch 200 Schuss Nimm halt einfach 20 Muni mit, oder nimm 30 mit, dann kannst du mir noch 10 abgeben Ich hab jetzt 65 mit Nimm halt 65 mit, Mann Nicht spendabel, der Typ hier So Also noch ist jeder, den ich seh, kill on site, ne? Okay Ja, 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 ich mein, ich seh, ich hab gar keine Ahnung, wo du bist Könnten ja wildfremde Leute auftauchen Aber ernst auf der Teil mit dem Scope bei der Crew Ich musste das erstmal rausfinden, dass wenn du, dass wenn du leaks und danach Snap hast Hast wirklich dann, dann bist du wirklich der Dann hast du wirklich die Präzision von Von Gott Oh, ich verschüsse Ja, musst du aufpassen, wenn du willst, kann ich dir, kann ich dir ein wenig saveen, also ein wenig Richtung, wo du weißt halt ankomm So, dass du, das wäre der Sniper oder TFC, eins von beiden Ich hab halt keinen Bock, jetzt da rüber zu laufen, weil da bestimmt irgendwelche mal fucker sind Auf dem Weg Ich halt einfach nur, ich hab echt nur die Sniper dabei Und einen Nahkampf Damit, damit werde ich zerfickt So, ich seh zu, dass ich jetzt hier wegkomme Also wenn jetzt da einer rüberlaufen würde und mich angreifen würde Dann hat der mich Problemlos Wir müssen halt mal Wegen Looten gucken, wegen Essen Ja, ich hab zwei Water Bottles Aber das war's auch wieder Ja gut, von mir aus, ich kann Ich kann den, äh, die Brücke da Die kann ich, die kann ich dir Problemlos, ähm, saveen Weil dann, dann, dann chill ich mich jetzt auf ein Häuschen drauf Und, äh Sniper, check die Richtung so ab Okay, ich komm bei diesen Häuschen lang, wo wir vorhin auch waren Okay, soll ich da auch gucken, ob ich was snipern Per Sniper-Visier sehe? Da vorne ist jemand, bist du das? Ich bin auf dem Haus drauf Okay, dann ist da vorne ein anderer Spieler Äh Ich leg mich hin, snacken weg Warte, ich kann gucken Aber, wobei, ich seh nicht Warte, ich leg mich kurz auch hin Wo ist der? Straße Du bist da Ähm Der rennt auf dich zu, ne? Ne, der ist gerade in ein Haus gegangen Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe Der Marker war auf jeden Fall ziemlich auf sein, sein Buddy Aber ich weiß nicht, wie die Kugeln senken Hm, okay Sinken die stark? Ich guck gerade mal Das waren vielleicht 700 Meter 200 Meter, ich weiß nicht Du siehst ja ungefähr, wo ich stehe, ne? Ja, ich bin da Ja, so zwischen uns war der Ja, ich halt ausschaue Falls ich irgendwas sehe Ich muss auch hinter mir ab und zu mal gucken Also wenn ich einen sehe, dann sah ich sie sofort Also, dann ist er womöglich auch gleich schnell weg Die Crew ist halt praktisch, weil die so ein mega geiles Visier hat Also, wirklich richtig krass gesumt Ja, wobei ich das eigentlich mehr oder weniger auch scheiße finde Wobei es jetzt gerade infaktisch wäre Aber ich glaube, der hat sich verpieselt Ähm Da ist ein Thriller Das Dumme ist an der Pipesniper, du musst halt nach jedem Schuss nachladen Ja, das ist halt echt wirklich was, was Nachteilhaft ist Nachteilhaft? Nachteilhaft Also, wenn du willst, kann ich gerne Ähm Da die Straße ganz geradaus lang kommen So soll ich wirklich sehen, also Dass du, dass du mich auch sehen könntest eigentlich Aber ich glaube, das wäre unfraktisch Also Läufst du gerade weiter einfach? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Okay Okay, hier ist ein anderer Spieler Ich kill ihn, ich kill ihn Ich habe auf ihn geschossen, aber Ne, der hat nur ein Messer Töte ihn trotzdem Der kann Cash dabei haben Zwar nicht viel, aber ein wenig Alter ging übel mit dem Messer auf mich los Ich war zu behindert Wie viel Schaden hast du dir gegeben? Ich habe ihn halt erst angeschossen Weiß, dann habe ich überlegt Ob ich ihn kille oder nicht Bin vor den dumm rumgesprungen Achso, da hätte ich angegriffen Ja, klar Ist ja auch verständlich Ja, natürlich Jetzt habe ich noch 420 Leben, Alter Ich habe auch 800 Leben nur noch Ich habe aber ein Large Backpack von dem mitgehen lassen Ah, okay, gut Und Small Cash Von dem? Hm Ich weiß aber nicht mehr genau wie viel Also von... naja Egal, Hauptsache du hast was Also ich check die Zone mal ab Oh, schisse, schisse, schisse Wenn du weiter durchrennst, kann ich dich Also dann sehe ich halt per Snapper Visier Ob da was ist Wenn du alls weiter gerade rausrennst Das ist aber auch, glaube ich, eine Wache Okay, sehe ich dich? Du hast einen roten Rucksack, ne? Ja Ja, gut, ich sehe dich Alter, echt? Ja Da fuck, wo stehst du? Ich liege hier auf dem Haus drauf Achso Boah, krank, Alter Siehst du mich hier hin? Ne, solltest du eigentlich nicht Ja, lauf weiter, lauf weiter Ähm Wenn du hinter das Auto... Wenn du die Brücke hier entlangläufst Die ganz normale Brücke, da Dann äh Kann ich dir Rückendeckung geben Falls einer nachkommt Jetzt sehe ich dich grad nicht Ja, wegen dem Hügel Ah, okay Aber hinter dir kommt keiner hin... äh, es kommt keiner daher Ja, ich sehe dich Ich könnte jetzt voll den Header geben Ja, aber wie? Tja, hättest du das nur geskillt, ne? Hm Okay, ich sehe dich glaub ich auch Ich bin auf dem Haus drauf Ja, ich sehe dich Aber du musst jetzt mal wissen, dass es seiner ist Sonst hättest du mich echt nicht gesehen, oder? Hm, hätt ich da hingeguckt, hätte man's schon gesehen Ich lieg offensichtlich da Ja, stimmt Also wir brauchen was zum Unlocken, ey Ich hab Schlüssel Ja, ich auch nur halt Ein Gegenstand Achso, okay Ähm Ich würd sagen Train Yard, oder? Jo Das war doch mein Lieblingsplatz Ahja, komm, ähm Kommst du mal hier lang, dann Gib ich dir Gleitschutz Gib ich dir Gleitschutz Ich kann dir ein Gleiter geben Ja, Gleitschutz, Gleiter, oh Wortspiel Brauchst gar nicht hochgehen, ne? Bin ich aber Ja, brauchst du aber nicht, ich bin nämlich unten Schilma Schilma Leiter Brauchst du nen besseren Backpack? Hast du nen 1500er mitgenommen? Ich try mal, ob das das macht Ne, ich hab den zweimal Achso Lol Hab ich etwa einen getreten? Der hab ich den einen abgezogen Lol, ich hab nen zweiten Backpack drin dabei Und das denn? Alter, wir müssen aufpassen, dass du nicht weggesnackt hast Ach, was ich auch mega Bock hätte, ist einfach hier chillen Gucken, wer so ankommt Ja, aber dazu bräuchst du vielleicht erstmal ein bisschen Essen noch Ja, ich hab zwei Bottles, mehr nicht Wir können uns dann gerne nen Spot suchen, wenn wir halt Essen haben Ey, nee, warte, der beste Spot ist, ähm Wir gehen zum Train Yard und gehen auf dieses eine Haus drauf Okay, andere Safe Zone, also alle weggsnacken Ja, erstmal straight zur Safe Zone Nimm den Kompass mit, äh, den Kompass, äh, dann kannst du gut sehen, wo wir langen müssen Müssen wir in Norden, oder was? Ich hab die Zone markiert Ah! Aber man sieht nicht so ganz weit mit dem Sniper Warte, warte, warte Was? Okay, nee, das ist einfach so, so Zeitungen oder was da rumfliegt Ja, ja, das ist beim Snipern mega oft, sodass du... Ah, ein Spieler, ah ne Zeitung Ja, ne, weiß ich grad auf dem Dach sowas bewegt hat, aber das war halt nur ne Zeitung Ja, das ist... Das Spiel ist... Also, ich muss echt sagen Nach meinen... Nach meinen Spielerfahrungen jetzt Ist das Spiel ein Arschloch-Spiel Ja Es ist wirklich einfach ein Arschloch-Spiel Es fickt einen... Frontal in den Kopf rein Warte, ich will ja mal in das Gebäude gucken, wegen Fressen, ey, wir müssen looten Ein Heli ist oben drauf So ein Rucksack... also so ein... so ein Rucksack zum Durchsirchen Mhm Zum Durchsirchen, Alter War aber nix drin Krachbarten... 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 Krachbarten wenn ich oben rumgeguckt... Ist... Ist niemand da Also, ich hab niemanden gesehen Aber hier wurde schon gelootet Es bleibt auch 5 Minuten lang so oder so... gelootet Wo bist du? Hier Dreh dich um Achso Ist auch oben Oh, hier ist geil Hier findest du immer... Doktors Bags oder sowas normalerweise Mhm Bist du? Ah, da Okay So ein Megaschiss, weißt du... Du stirbst ja nicht direkt, wenn du runterfällst Ist immer so Sekunde Verzug Übrigens ist der rote Rucksack richtig scheiße Das ist halt mega auffällig Eben Das ist der Nachteil, wie soll ich ihn nicht mehr nehmen Ich hatte ihn immer Aber der rote Rucksack weiße... Jeder weiß sofort Oh, einer mit rotem Rucksack weg... äh töten Das... und dann ist halt... Ja, aber ich hatte den noch Das war der letzte, den ich noch so im Lager hatte und deswegen Der Spiel war grad rum So Ich bin ja die ganze Zeit gerade ausgelaufen Hast du auch mega Schiss, dass auf einmal von irgendwo ein Spieler so ankommt Ja, hab ich vorhin einfach im Gebüsch aufgetaucht, bam Hat ich Schrot in der Fresse, Alter Hat ich Schrot zwischen 10, weißt du? Ja, hast du richtig geschluckt Ja, man, den... hab ich den seiner Scheiße gestoppt, ey Dem hast du wirklich in den Lauf geguckt Den hab ich richtig in den Lauf durchgepustet Ja, ich hab ihn... ich hab ihn weggepustet dann Ja Ich hab gesagt so, ja komm, deine Waffe ist scheiße, ich boller dich weg Das war ich blöd, blöd irgendwie Hardburner Aber ich muss sagen, so mega mäßig hat sie mir nicht gefallen Gut, die macht halt Damage, aber ich... ich konnte damit irgendwie... nicht so viel wegficken Hm Es gibt ja noch eine Nähterwaffe, ne? Ja, die, ähm... die Klinge, die... äh, es gibt eine Klinge, eine Axt und noch ein Schild Und noch eine Schusswaffe gibt's, glaub ich Nee Es gibt, glaub ich, zwei Schusswaffen und zwei Nachkampfwaffen, oder? Schusswaffe? Wüsste ich jetzt nicht Safe Zone ist nicht bei uns Nein, da, wo wir hinwollen Wenn du irgendwo so einen kleinen Kopf hervorgucken siehst, ne? Alter, wieder so ein Papierfetzen, da ist grad Papierfetzen gewesen, da hab ich dir gedacht so Fuck, da ist einer Und weg Snatchen dann Ja, ach, du sagst jetzt Snatchen? Oh, voll geil Snatchen sag ich pin Ironman has be killed by Crawler Schlecht von Tony Stark Ironman has been killed by Crawler, Alter, das ist ja peinlich Ja, Tony Stark, was machst du denn da für ein Blödsinn Warte, 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 warte Fluten, rechts Ja Shimon Bullshit Fuck off Insektenspray, oder? Fuck off Insektenspray, ja, ja, so heißt das das heißt f of insect spray also dingster boomster ne ja darfst du mal raten was das f sternchen off bedeuten soll ja fuck off richtig oder fist off schuss schuss du bist so ein mongo du bist so ein mongo und ich alter ich wollte grad umdrehen ne da hätt ich nochmal schrot zwischen 10 gehabt dann ne ich hab keine ja es mir egal ich trotzdem schrot zwischen 10 macht es nicht weil man hört die schüsse trotzdem weit ja wo laufen wir hin das ist eine ne das ist ein zombie alter ach da alter adrenalin schon wieder relativ behindert adrenalin auf einen nachts alle das würde das wird so richtig schlimm dann aller ey weißt du guck mal siehst du da hinten rechts von dem strom aus diesen kleinen diesen kleine holzkonstruktion ja da bin ich mal drin gehocken mit sniper zwei weg gehabt zwei geholt echt ja das ist mega also du kannst dich auf dem hinlegen und zwischen zwei balken durchgucken oh das ist echt assi und im liegen kannst du dann eben perfekt snipern und das ist assi das ist aber nur einmal nur asozial andere würden sagen böse aber ich sag asozial ahja ich seh die holzbalk hm du kannst da einfach schön schön durchschauen das wichtig was du halt machen musst ist dass du halt immer hin und her guckst weil einer von hinten kommen könnte also was halt oh mal der trailer ist da schon links nebendran aber meine mutter saugt grad jetzt hört sich pervers an aber halt mit dem staubsauger ne ja ganz ich glaub dir ich glaub dir deine mutter saugt alles klar ich knall dich gleich ab ohne spaß es kann sein dass sie bei mir hier also alter nee das sag ich jetzt nicht aber wenn ich dann weg bin ne reinkommt es kann sein dass ich bald mal kurz weg bin dann saugt meine mutter bei mir durch ja bestes oh junge alter das versuche ich mir zu merken das geht als titel rein meine mutter saugt grad alles klar perfekt ok safe zone vor allen dingen du hörst mich grade ne er ist ein spieler du verstehst mich doch ja natürlich ich hör dich aber ich hör dich mal ich hör das saugen nicht läuft bei meinem mikro jetzt dürfte ich lauter sein oder ja du hörst genau du hörst genau so leise wie vorher mhm das ist auf jeden fall gut dass die funktion so gut funktioniert alter kubi heilsbau warte mal kurz ich geh mal kurz bescheid sagen dass er nicht saugen muss na dein zimmer soll dreckig bleiben ich seh dich bitch oh da ist noch ein andere bitch ah kubi gibt seine rüber grad empfehlung boah nico vor uns ein spieler hier na knall den weg schnell alter ja ich hätte dich fast ausversichtlich weggeballt weil ich gedacht hätte dass du ein spieler wärst der feindlich ist so übrigens habe ich den headshot skill gelevelt ne nur so nebenbei ah äh ich nehme jetzt übrigens die crew mit ne wenn wir jetzt sniper nehme ich die crew mit 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 ja dann dann nehme ich aber nicht so viel money mit ich nehme mal 16 money mit dann hole ich mir auch mal kurz eine ja ich kann dir noch eine von mir geben ich habe noch eine übrig ach du willst xp vom abgeben ne ja man heuliger mongo komm geh raus ich will dich ficken äh aber warte mal kubi hast du grad gehört? ja ich hab gehört wie geil du gelacht hast ne ne äh was ich gesagt habe komm geh raus ich will dich ficken ja ah ach so ach das war ein lachen alter von muni wie teuer die ist ich nur mal die scheiße ein von euch und dann verkaufe ich sie meiner sechs metal pipes die kann man nicht verkaufen ich habe jetzt 32 schuss in der sniper der junge hat eine schrotze den müssen wir dann glaube ich mal umlegen effekt ist meine das ist meine uc ich erkenne sie wieder da ist ein ein würfel drauf also ich würde sagen auf post jetzt helfen hat er auch im grünen rucksack der typ der hat eine uc und eine andere schweiler waffe unten und rucksack an grünen ja dass ein rucksack anhat ist mir eigentlich egal aber ein grünen rucksack kauf mal noch ein bisschen water und oh ja kannst du mir eine wasserflasche mitbringen ich habe auch nicht mehr allzu viel geld alter ohne spaß ich habe 63 cash ja sagst du mal durchzählen wie viel wasser könnte ich mir damit kaufen